Hey, liebe Topfamilie, ja, ich werde mich aus einem ganz bestimmten Grund, das Video entsteht hier gerade tatsächlich sehr spontan, wie man vielleicht anhand der Kulisse merkt, weil, ja, ich hier gerade am Hochladen bin und das Problem ist, meine Videos werden gesperrt. Also es werden aktuell die Klass-Klassenfahrt-Folgen gesperrt. Und ich habe schon eine Mail hingeschrieben, dass ich mich irgendwie mit irgendjemandem auseinandersetzen kann und dass man das irgendwie regeln kann. Bedeutet leider, dass heute 16 Uhr, auch wenn die Folge für mich hochgeladen ist, aber sie wird nicht erscheinen. Sie wird halt für euch nicht erscheinen, weil das Video gesperrt ist. Auch die ersten beiden Folgen wurden nachträglich genau heute für mich, also am 25. gesperrt. Was ich komisch finde, ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich sind da keine Probleme, ihr wisst auch, ich schneide immer die Musik raus. Deswegen, ja, kann ich euch da aktuell nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, und da werde ich jetzt gucken, ich hoffe, dass dann für euch, für morgen, für mich übermorgen, sprich am Samstag, Among Us geht. Die Serie, die man auf TVNOW gucken kann. Erste Folge kann man mit Amazon Prime gucken, die anderen mit einem Gratis-Monat, also mit einem Account, den ihr euch da erstellen müsst. Ansonsten, ich hoffe, dass das geht, weil dann könnt ihr euch auf die Folgen bei mir freuen. Ich werde es versuchen, ich bin jetzt dann hierbei, die Folgen von Among Us hochzuladen, weil ich habe schon auf die komplette Kreis-Klassenfahrt-Serie reagiert zum Zeitpunkt jetzt und auch schon auf Among Us. Kreis-Klassenfahrt habe ich am, kann ich euch mal kurz sagen, am 23. beendet zu gucken und heute, am 25. habe ich Among Us zu Ende geschaut. So, deswegen, gut, das war es dann auch schon. Ich möchte das Video nicht in die Länge ziehen. Das Video geht jetzt zwar nur kurz, aber trotzdem. Wir sehen uns dann zu anderen Videos. Sei es nun, ja, hoffentlich morgen Among Us. Morgen kommt auf jeden Fall auch Metin und morgen kommt dann ja auch mein Let's Dance-Video. Das sind die einzigen Videos, leider aktuell nicht Kreis-Klassenfahrt und so. Deswegen, das Video steht hier gerade ganz spontan. Ich gucke hier nebenbei Videos, höre Musik, mache hier so alles gleichzeitig und lade Videos hoch und naja, und da wird das Video wieder gesperrt. Gut. Ich wollte euch das nur kurz auf den Weg mitgeben. Deswegen, ähm, seid da geduldig. Ich versuche das zu regeln und wenn es da Neueres gibt, dann melde ich mich bei euch und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Heute kommt kein Video mehr. Wir sehen uns dann morgen auf jeden Fall zu Videos wieder. Und mir bleibt nur noch zu sagen, ja, Anpfiff, Apfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.